Heute ist der Tag der Tage gekommen. Wir müssen jetzt anfangen, uns ernsthaft um unsere Zukunft Gedanken zu machen. Eine Zukunft, wie wir sie uns wünschen. Wenn wir so weiterleben, bräuchten wir quasi 1,7 Erden, auf denen wir leben. An der Stelle sollte ich euch vielleicht mal ganz kurz erklären, wie das wissenschaftlich funktioniert. Unser Drang nach neuer Technik hat ernste Konsequenzen für die Natur und für andere Menschen. Weltweit ladet pro Minute eine ganze Lastwagenladung Müll im Meer. Wusstet ihr zum Beispiel, dass durchschnittlich jeder Deutsche in seinem Leben etwa 1000 Tiere ist? Ein Drittel der Landfläche wird in die Haltung von Tieren gesteckt. Hä? Der Fisch ist gedeckt, doch wir schmeißen um ein Drittel von weg. The Internet now opened everything up. It became cool for us to be different. 70 Jahre Grundgesetz. Happy Birthday to you. Es liegt eben auch an uns, unsere Mitmenschen würdevoll und mit Respekt zu behandeln. Und zwar jeden. Ob Männlein, Weiblein, Non-Binary, Cis, Trans, Erwachsenen, Kind, Reich oder Arm. Ein Bedürfnis von mir war halt darzulegen, wenn ne Person Kopftuch trägt, dass sie dann ganz bestimmt nicht alle deine Stereotypen erfüllen wird. Es hat mich nicht verletzt, dass sie gesagt hat, dass ich ne Putzfrau sei, sondern dass eine Person wie sie in ihrer Position so denkt. Ey, ich hab die Faxen dicke, ey, ich hab die Faxen dicke, das mach ich nicht mehr mit. Meine Würde, deine Würde, was ist das überhaupt? Die Flucht war Teil meiner Biografie, aber es ist zu Ende. Und ich bin jetzt hier und heiße Kasim und meine Vergangenheit, aber auch was ich grade mache, ist Teil meiner Identität. Was mich unter den Kommentaren sehr bewegt hat, waren eure Geschichten, Schicksalsschläge, Erfahrungen, auch mit Behinderten, mit Kranken, Familienmitgliedern. Haha, der sitzt im Rollstuhl, haha, der kann nicht laufen, haha, der ist schwarz, ich bin weiß. Äh, sorry, das ist aber meine Meinung. Nein, ist es nicht. Wenn ihr jetzt irgendwie Kritik für mich habt, ne, wenn ihr konstruktive Kritik habt, komplett in Ordnung, so, komplett in Ordnung, aber einfach so Beleidigungen rauszuhauen, ohne Sinn, ohne Zusammenhang, Freunde, das ist richtig arm. Jeder von uns ist dazu verpflichtet, die Würde des anderen zu schützen. Man kann nicht alle retten, aber man kann bei allen etwas bewirken. Wir sind das Internet, wir sind das Internet, wir sind das Internet.